in meinem interview bekommst du an die hand wie du achtsamkeit in dein leben integrieren kannst und was dazugehört überhaupt ein achtsames leben führen zu können und was das ganze mit dem thema auswandern zu tun hat was das ganze mit dem thema künstliche intelligenz oder AI zu tun hat und was das ganze natürlich auch mit dem thema waldbaden naturtherapie und stille zu tun hat kriegst von mir an die hand welche erfahrung ich gemacht habe welche geschichten ich erleben durfte und wie ich immer alles wieder für mich meistern und lösen konnte also du bist danach auf jeden fall gerüstet für ein achtsames leben und hast alles mitbekommen dass es für dich einfach leichter fallen kann so so Bis zum nächsten Mal.